Das ist der neue Boss oder wie? Mehr König normal. Ich habe mir nichts angeschaut, ich haue da mal raub. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall habe ich gerade Akku gezogen, der hat mir einen Hit gegeben. Aber normal sollte er sofort liegen, oder? Bockwelle, geht da rüber. Jetzt kommen Minions. Die weg auch eben hier. Sind die die Raids eigentlich immer 10er in dem Game? Wahrscheinlich nicht. Na was heißt Raids, also sind halt Bossfights. Ich glaube, ich muss da reingehen, ne? Das sind so ein bisschen mehr so Lost Ark Bossfights, würde ich sagen. Hm. Das war's. Okay, da war der Boss weit. Und darauf habe ich jetzt eine halbe Stunde gewartet. Außer es kommt noch eine Phase oder so. GG's. Bisschen underwhelming, muss ich sagen.